Hi und herzlich willkommen hier bei MrGG, es ist ein neues Update draußen, Version 1.19.4 und ja, es gibt jetzt die Basiserweiterung. Erste Ziegel wurde in ihre Basis gelegt, volle Ambitionen, sie bauen ein neues Zuhause, das wächst und mit den kommenden Updates neue Funktionen erhält. Also es ist jetzt nicht so eine Basis, wie ihr denkt, dass man da selbst die Wände oder so bauen kann, sondern man baut immer Gebäude auf, also so eine Basis ist nicht, es ist neuer Heimat-Output ja gesagt. Es wird voller nützlicher Gebäude sein, die sie selbst entwickeln können, das Endergebnis wird vieles verändern und das ist erst der Anfang. Stammten sie sich einen Hammer und rollen sie die Ärmel hoch, es gibt viel zu tun. Sie fangen ganz klein an, aber jedes Gebäude wird größer und kann mit weiteren Details versehen werden. Sammeln sie die benötigten Ressourcen, verbessern sie ihre neuen Gebäude, in Zukunft werden sie aus ihrer Basis eine ganze Siedlung mit Kommandozentrale machen können. Garage und Auto gibt es dort dann, man wird dann dort diesen grünen Pickup-Truck nach und nach einfach mal fertigstellen können. Ja, aber das ist soweit ist das noch nicht, also das kommt noch, diese Minivan. Ist das jetzt dieser Zombie-Truck? Was soll man sagen? Also ich bin da immer noch skeptisch, dass dieser Zombie-Truck, wie er da steht, neue Basen bauen, bin ich noch skeptisch, denn wie gesagt, da muss noch einiges kommen. Aber vielleicht generell ein Auto, das dann wieder eine neue Ortschaft ist, weil der Highway dann vielleicht freigeschaltet ist, wo man dann dort weiter wegkommt, wieder neue Gebiete können sie dann erschließen, die Map wieder erweitern, sodass man dort nur mit dem Minivan hinkommt, mit dem Chopper graft man dann so die nahen liegenden Sachen ab, mit dem ATV kommt man zum Sumpfgebiet und mit dem Minivan dann über den Highway zu den weiteren Gebieten. Und Akt 2 beginnt natürlich und ja, wir springen mal rein ins Geschehen. Also ob das jetzt, wie gesagt, dieser Zombie-Truck, ich habe ja schon gesagt gehabt, ich glaube nicht, dass dieser Zombie-Truck, wie wir das denken, lange Zeit noch nicht kommen wird, so dieses eigene Basen aufbauen und dann eine weitere Basis aufbauen, das denke ich nicht. Aber ich kann mal vorstellen, wie gesagt, der Minivan, die ist dann wieder sozusagen dann einen Kartenabschnitt weiter auf, aber da kommt man dann nur mit dem Minivan hin. Was dann für Kepi dann dafür sprechen würde, dann halt auch, dass man wieder gezwungen ist, wieder mehr Benzin auszugeben und eventuell Geld auszugeben für Benzin an sich. Ähm, was gibt es denn jetzt hier im Eventkalender? Goldrausch, Großjagd und die alte Farm ist frei, okay. Aber ich möchte mich jetzt hier um Akt 2 bemühen. Und da will ich doch mal gucken. Connor hat einen guten Ort zum Boden gefunden, wer weiß, was dieses Land zu bieten hat. Da wollen wir doch da mal hingehen. Ich hatte hier, ach, ich hatte mal, äh, geradet. Ein Rache-Raid hatte ich gemacht. Wie ihr sehen könnt. Die Axt kam mal weg. Ich hatte mal einen Rache-Raid ausgeführt. Nun denn. Ich bring mal ganz kurz eben die Sachen alle in die Basis und dann springen wir sofort wieder ins Geschehen. So, ich habe alles jetzt verstaut, wo ich es noch verstauen kann. Und wir gehen jetzt mal zur Siedlung. Ähm, in der Basis stand hier ein Herr. Mit dem muss man wohl reden. Das war wohl dieser Connor. Der stand am Truck. Hier, da ist er. Hä? Ich muss schon sagen, ich habe doch schon mit ihm gesprochen. Okay. Und. Mit dem muss man erst reden. Warte auf dich. Und jetzt gehen wir halt zur Siedlung. Und gucken mal, was denn dort auf mich wartet. An Aufgaben. Barmpaket. Ja, ja. Und die Siedlung ist ja schön. Schön nah dran. Plötzlich aufgetauscht. Auch so. Seit Jahren hat man schon eine Basis errichtet. Und direkt neben der Basis ist eine Siedlung. Oh. Ist mir nie aufgefallen. Ups. Sorry, falls jetzt irgendwie laut war. Ich habe gerade gegen die Dings gestoßen. Was haben wir denn hier? Kaserne kann man hier aufbauen. Okay, dafür braucht man irgendwelche neuen Schrauben. Die hat man jetzt ja sowieso noch nicht. Ich möchte jetzt einmal hier einmal so durchleiten. Gut. Das ist dann die Kaserne. Daraus wird die Kaserne. Lebt es noch? Diese Bastarde sind hier überall. Was wird das? Das wird die Garage. Dafür braucht man Asbest. Also mit Asbestbonen weiß ich nicht, ob das so toll ist. Das ist der Van. Der Minivan. Dafür braucht man Zündkerzen. Diese Zwrackräder und so ist ja kein Problem. Okay. Gehen wir mal hier mit Connor. Okay. Kommen wir zu Sachen. Meine Leute sind auf Erkundungszone. Ich bereite die Siedlung auf ihrer Ankunft vor. Räumen wir zuerst dieses Chaos auf. Soll ich da ja auch erstmal aufräumen oder was? Wenn ich jetzt hier dein Müllmann oder so. Was wird das? Hauptquartier. Dafür braucht man Satelliten oder Antennen. Okay. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Erstmal den Müll wegräumen. Eine Wand. Die hatten wir doch schon mal Eisendrätsel. Bei irgendeinem Event hatten wir es mal. Weiß nicht mehr bei welchem, aber gab es schon mal. So. Das ist die Garage. So. Und damit haben wir jetzt hier schon mal aufgeräumt. Nichts erbeutet. Dort werden meine Leute wohnen. Ich kümmere mich um die Konstruktionen, aber mir sind die Schrauben ausgegangen. Rachel wollte welche Motel suchen, aber sie ist schon eine Weile weg. Wollen sie mit zu ihrem anderen Zuhause reisen? Aber man kann dann schnell irgendwie. Okay. Okay. Mal gucken. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Ja. Wir haben das erste abgeschlossen. Da müsste Assistentin zum Hotel gehen. Kann ich jetzt einfach so wieder zum normalen Base dann, ne? Ist das? Stimmt es? Ja. Okay. Ah. Hier kann man wirklich schnell hin und her switchen. Gibt es einen Extrapunkt zwischen dem Zuhause? Aber es geht natürlich dann nur, wenn man in seiner eigenen Base ist. Kann man hin und her switchen. Man muss nicht erst mal so raus und dann halt diese vier Sekunden dahin laufen, ohne Energie zu verbrauchen. Hä? Entschuldigung. Ein bisschen müde. Muss man eben hydrieren. Hydration. So, dann gehen wir mal ins Modell. Modell. Da steht ja schon was. Die ist also hier gegen gekracht. Die Zombies wurden erst vor kurzem getötet. Hier ist eine Tasche. Wow, wer bist du denn? Alter, der sieht ja mal krass aus. Ich habe bereits das Modell durchsucht. Da sind keine dieser verdammten Schrauben. Der Keller ist mal in der letzten Aufordnung. Gut, ab in den Keller. Den kennen wir ja schon. Dann gucken wir mal im Keller. Ich kann auf jeden Fall ein längerer Prozess zu sein. Bestimmt kriegt man dort nicht so viele Schrauben. Man muss halt immer wieder dann den Keller absolvieren. Ups. Ja. Bin hier ein bisschen. Rachel, verdammt Zombies. Sie hätten mich fast erwischt. Ich dachte, ich wäre erledigt. Gut, dass du hier bist. Da ist irgendwas Großes drin, wenn ich das richtig sehe. Achso. War nur ein Blähblubber. Ich schaue nach. Fünf Schrauben. Fünf Schrauben habe ich jetzt gerade mal. Alle Gegenständen in VIP-Dipot legen. Oh, ich bin Prestige. Ich jetzt erst. Bin ja Prestige. Ich habe dann aber diesmal keine Dings bekommen. Kein Pass. Ich habe wieder Backcoins bekommen. Und Rationen. Zurück zur Siedlung gehen. Okay. Dann einmal rumlaufen. Dann gehen wir mal eben zurück zur Siedlung. Schauen wir uns kurz raus. Danach geht es weiter. Hä? Wir gehen jetzt weiter. Was soll ich mich denn hier ausruhen? Bitte dich, Rachel. Aber Rachel. So, was macht man doch nicht? Rachel. Bin ich nur gespannt. Kriegt man dann im Hotel, wenn man den Auto plündert, die Schrauben? Das frage ich mich jetzt. Wofür braucht man jetzt nochmal die Schrauben? Achso, für das Hauptquartier Dings. Wie viele brauchte man? Wie viele Schrauben brauchte ich? I don't know. But I will see. Gucken wir uns das nochmal an. Dann mache ich einmal so ein Auto clear, um zu gucken, ob ich dafür Schrauben bekomme. 30. 30 Schrauben. Ich meine, alles andere habe ich. Zu genüge. 30 Schrauben. Ich mache einmal so ein Auto clear und schaue nach, ob ich... Wie weit ist der Weg denn? Alter, ist das Gebiet riesig. Ich glaube, die Siedlung wird dann vielleicht mit irgendwann mal Updates, jetzt haben sie die Maps schon so groß gemacht, dass die immer mehr hinzufügen können mit irgendwelchen Updates. Immer neue Gebäude, die irgendwelche Funktionen haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, ich mache einmal hier so ein Auto clear. Mal gucken, steht das jetzt auch hier? Ja, aber ist sehr selten. Ich mache das einmal. Ah, ne, das ist doch zu selten. Das heißt, man muss dann immer wieder hingehen. Das heißt, wenn man fünf Stück pro Run bekommt, das heißt, noch fünfmal hin. Ja, ist zwar so, aber... Kann man nichts machen, wa? Reden wir mal mit Conor. Okay, oh, Schrauben, danke. Du meinst, dass man eine Fabrik ist? Geh und sie nach, wie es ihr dort geht. So, Fabrik, die kennen wir ja auch noch. Die Fabrik. Damit haben wir jetzt schon mal... Ich glaube, die zweite Mission geschafft. Von Kapitel 1. Gehen wir jetzt mal zur Fabrik. Und die Fabrik wird wohl genauso aussehen, wie damals die Fabrik. Jetzt steht sie allerdings hier oben. Sonst stand sie, meine ich, hier, ne? Hier stand die vorher. Mein wohl. Nun denn. Gehen wir mal zu dem Ort. Und schauen uns das Prozedere dort denn mal an. Aber ich gehe davon aus, die wird ganz genau so aussehen. Die werden jetzt keine neue Fabrik designt haben oder so. Plot & Trailer. Ja, gut. Warte, ich konnte da wieder geschickt. Gut. Wir müssen eine Antenne finden. Eine Antenne. Gut. Hier muss ich Schaltkreise reinpacken. Da haben wir Schaltkreise. Ich nehme mal alles mit hier. Man weiß ja nie. Hier haben wir eine Kiste. Können wir aufknacken. Hier braucht man auf jeden Fall einen Brecher für. Eine Granate. Jetzt mal ein bisschen. Und ich nehme das erst mal mit, denn ich weiß ja nie, ob ich es noch brauche oder nicht. Apparieren wir auch. Alter, man, die Klappe, du Scheißbiech. So, komme ich hier irgendwo rein? Hier komme ich rein. Okay. Kann ich gerade nichts machen. Die ist verschlossen, an die Seite. Dann einmal rumlaufen. Da war doch mal dieser Feld, also dieses Feld, dieser Feldabschnitt. Meine Güte, ich kann doch nicht mal mehr sprechen. Ach, da ist er. Hier haben wir eine Schaufel. Die nehmen wir mal mit. Diese habe ich ihn jetzt in der Hand. Danke, Baubau. Ich bin brava. So, wo wollen wir denn, Rachel? Da unten steht sie. Hallo? Verbindung für Connor. Rachel, ich popp' doch dich hier, Rachel. Aber, was wir jetzt machen? Hab ich ja, die haben was verpasst? Oder so? Kann ich hier auch irgendwo mal immer so einen Eingang? Ne. Ach, Tierchen, geht mir hier auf den Sack. Von der anderen Seite verschlossen. Wie, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Musst du irgendwie rein? mit Rachel folgen? Aber die steht da jetzt ja nur rum. Hier ist noch eine Tür. Habe ich die schon probiert? Bin mir nicht ganz sicher. Ah. Hier ist noch ein Schaltkreis. Sehr gut. Hallo? Wieso kann ich hier nichts mehr machen? Habe ich hier gerade einen Bug? Geh mal rausgehen, dann wieder rein. Geh mal raus und rein. Ich glaube, da ist gerade irgendwas, was nicht richtig funktioniert. Denn, da hatte ich jetzt einmal dieses, äh, dieses Ventil, was ich nicht drehen konnte. Und da jetzt nochmal dieses, dieser Schaltkasten. Mal raus und rein. Raus und rein, geh mal raus und rein. Dann gucken wir jetzt noch mal nach. Jetzt? Da, geht nicht auf. Es gibt nicht genug Strom. Such nach weiter und elektrisch halt. Ja, gut. Danke. Jetzt klappt das. Gehlt ein so ein Schaltding? Transistor. Wow. Meine Kills. Dann mal los. Ah, schon eine coole Socke. Nicht, aber das ist eine Kiste, das ist eine Kiste, die muss ich aber erst mal. Gut. Und. Gut. Lüften wir die Kiste mal. Haut dabei unten noch einer. Wow. Nicht zu viel. Was haben wir hier drin? Na, wow. Auch nicht so viel. Aber. Mist, da ist keine Antenne. Suchen wir im Keller danach. Blockade. Können wir auflösen. Dafür brauchen wir also die Schaufel. Jetzt ergibt alles Sinn. Was ist die Schaufel auch bestimmt direkt kaputt, oder? Geht damit direkt eine Schaufel kaputt? Ja. Du musst dir irgendwann eine Antenne geben, sag Bescheid, wenn du sie gefunden hast. Okay. Hallo, ich hinkt fest. Oh. Gas abgestellt. Schon besser. Ach nein, Baubau, jetzt nicht. Oh, 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 oh. Schnell, schnell, schnell. Oh. Boom abgestellt. Ich glaube voll rein da. Auch nicht. Den nehmen wir mit. Muss bestimmt hier oben drauf. Der Hund scheint müde zu sein. Das ist mir doch egal. Und hier haben wir einer. Da haben wir eine Antenne. Aber es gibt auch nur ganz genau eine. Okay. Eine Antenne gibt es immer wieder. Und wir brauchen fünf Stück. Das heißt auch, fünfmal sind hin, also noch viermal. Viermal dann noch die Fabrik machen, ehe man die Hauptzentrale fertiggestellt hat. Kann man auch versuchen, bestimmt mit Ähm Wer ist das? Autoclear bestimmt, aber ich denke mal, es wird wird nicht so einfach. Wird auch ein seltener Gegenstand sein, den man so gut wie nicht bekommt. Und man dann sonst nur unnötig Rationen verschwendet. noch habe ich kein Premium geholt. Ich warte erstmal noch bis kurz vor knapp ab. Also wird hier bestimmt auch sehr schwer. Was kostet nur fünf. Ich probiere einmal. Nein. Einmal war ich noch. Nein. Okay. Dann lassen wir es. Man muss es ja mal versuchen. Man muss es mal versuchen. Sag mal so. Besser mal versucht. Als nicht. Antenne gefunden. Gut. Stellen wir das Hauptkort hier fertig und bauen die Verbindung auf. Das Hauptkort hier wird dann noch nicht fertig sein. Und wie viel dann noch fehlt. Ja. Hauptkort hier fertig bauen. Wie soll ich das Hauptkort hier denn fertig bauen? Ich brauche doch hier noch mehrere Antennen. Habe ich hier irgendwas verpasst oder so? Kann ich jetzt noch nicht mehr machen oder? Ich habe es doch gegeben. Ich kann doch kein Hauptquartier jetzt fertig bauen. Habe ich jetzt irgendwas? Verpasst. Nochmal rein. Brauche er noch fünf. Kann man jetzt schon die Mission nicht mehr weitermachen? Ist jetzt. Kann doch nicht oder? Wievielte bin ich jetzt? Welche Mission ist das? Die dritte Mission. Tatsächlich. Wie soll das also fertig machen? Wow. Ich werde das jetzt soweit schon mal eben. Also ich hole jetzt mal eben all die Sachen und bin dann gleich wieder zurück. So. Ich habe jetzt alles eingepackt. Was man soweit fürs Hauptquartier braucht. Bis auf jetzt die Antennen. Das sind die einzigen Sachen, die dann fehlen. Ja, alles abgeschlossen. Nur die Antennen. Die fehlen jetzt noch. Natürlich doof. Ich kann auch schon mal das hier alles holen. Das wir hier auch schon mal alles reinpacken. Und Garage eventuell auch, sodass ich das alles soweit schon mal drin habe, was ich haben kann. Oh, okay. Oh, okay. Das habe ich nicht so viel. Kupferbarren, ja. Aber Stahlbarren, das habe ich noch nicht. 20 Stück. Vielleicht auch in der Inbox. Ich werde mal nachschauen. Ich habe jetzt soweit alle Gebäude oder alles, was man bauen kann, bis auf jetzt eine Sache, habe ich jetzt soweit aufgefüllt. Ich habe jetzt hier, das seht ihr, es steht jetzt auch schon ein Gebäude. Fasst als fertig, bis auf die Schrauben. Man kann also hier schon reingehen, das Gebäude steht. Das ist schon mal schick. Hier auch das Hauptquartier. Es steht auf jeden Fall schon mal. Es fehlt nur noch die Antenne. Nur die Antenne fehlt noch, oder die vier Antennen. Dann haben wir jetzt hier die Wand, die ich jetzt soweit fertig mache. Bis auf dieses Eisendraht. Aber hier steht jetzt auch schon mal eine extrem lange Wand. Drumherum die gebaute, seht ihr das? Die Garage steht auch schon mal. Da fehlt halt nur das Asbest und noch zwei Stahlbarren. Aber ansonsten steht die Rache. Und den Minivan, da fehlen halt noch meine vier Reifen und die Zündkerzen. Ansonsten habe ich soweit jetzt alles aufgefüllt, was es auch zu füllen gibt. Und das bedeutet jetzt einfach nur demnächst wieder farmen, farmen, farmen. Nicht die besonderen Sachen, sei es die Schrauben oder sei es die Antennen. Und dann halt abwarten, wenn die Antennen dann fertig sind, die vier Stück und das Hauptquartier fertig ist. Dass dann sehr wahrscheinlich nächste Sache freigeschaltet wird vielleicht. Dass man dann wieder was Neues bekommen kann. Ich kann es ja noch zweimal versuchen mit AutoClear. Keine Antenne. Und keine Antenne. Komm, noch einmal mache ich. Seht ihr, wie selten man hier eine Antenne bekommt? Und vergessen. Das ist Verschwendung von Ressourcen, sage ich mal. Nun, das war es dann bis jetzt erstmal von dem Update. Wir waren an den beiden Plätzen. Ich gehe nochmal eben ganz kurz zur Tankstelle. Und kann dort einfach mal eine Pistole eben reparieren. Und einmal am Rädchen drehen habe ich ja auch noch. Und ansonsten gibt es da erstmal nichts zu tun. Bis auf, dass ich hier den Pass noch immer weitermachen muss. Ich bin jetzt fast Level 40. Ja, das heißt jetzt wieder regelmäßig Fabrik machen. Regelmäßig Motelkeller. Die zwei Sachen jetzt regelmäßig immer absolvieren. Hat sich vielleicht an der Tankstelle was geändert. Aber ich glaube es passt nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir drehen mal hier am Rädchen. Hier Spins habe ich übrigens. Sehr schön. 800 Points, sage ich nicht. Nein. Die Punkte habe ich gerne, weil kann ich schneller reparieren. Ah, okay. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Naja. Naja. So, ansonsten gibt es hier nichts. Oh, Stahlplatten. Die kaufe ich mir. Die Stahlplatten. Oh, hier, Stahlplatten. Die kaufe ich mir auch. Die habe ich mir mal eben mir gegönnt. Und ansonsten, hier hat sich auch nichts getan. Gibt es hier irgendwie einen neuen Skin oder so. Ne, das ist noch der vom Drop. Hab ich gerade gesehen. Hier ist gerade ein bisschen. Da wäre ein bisschen gerade Fehler, oder? Okay, jetzt geht es wieder. Hier mal reinpacken. Die Caps. Ansonsten, was ist denn das da oben? Neuer Bereich? Ich höre schon die Musik. Das ist doch nur die Map, oder? Na, okay. Das ist auch nur ein Ausgang. Vielleicht wird das dann sozusagen nur zeigen, hier der Highway ist dann frei. Das ist nur, wo führt der dann hin? Also ich würde mal sagen, hier langt dann, dass das hier später noch repariert wird, weil schließlich heißt auch die Episode. Akt 2 ist ja, okay, jetzt heißt der Neubeginn. Vorher hieß der nach Norden, ne? Einfach nur Neubeginn. Also es kann dann sein, dass natürlich hier dann es lang geht und hier sich dann einen Bereich aufmacht, dass man hier dann nur mit dem Miniband langkommt und nicht mit dem Shopper. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass der Shopper Tank dafür nicht reicht, aber der Miniband Tank wohl. Das hat er gesagt, ne, Tank reicht nicht. Tankfüllung, eine Shopper Tankfüllung reicht nicht, um da hinzukommen. Irgendwie sowas. Und dass man da immer nur mit dem Miniband hinkommt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann so gemacht wird. Und da dann neue Bereiche sind, um dann irgendwann, dass sie dort dann nach und nach immer wieder neue Ressourcen einbauen können, weil hier jetzt ist der Platz leider schon ein bisschen begrenzt, um immer hier irgendwas Neues, Dauerhaftes hinzupacken. Deswegen wird es dann hier sehr wahrscheinlich sein. Und wie gesagt, man kann ja noch sehr viel machen, ne? Die können ja wirklich viel hinzupacken. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Das war's für die heutige Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst gerne einen Daumen da oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommt ihr etwas Platziges? Wie findet ihr das Update? Würde mich interessieren. Ab damit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Mr. Gigi und ciao, ciao.